Es wird nicht erwartet, dass Prinz Harry nach London fliegt, um den 75. Geburtstag des Königs zu feiern, nachdem er behauptete, er habe «keinen Kontakt» wegen der Teilnahme an der Party seines Vaters erhalten. Prinz Harry hätte wahrscheinlich ein «furchtbar peinliches» Wiedersehen mit seiner Familie erlebt, wenn er zu den Geburtstagsfeierlichkeiten des Königs eingeladen worden wäre, behauptete ein königlicher Experte. Anfang dieser Woche tauchten Berichte auf, denen zufolge der Herzog von Sussex eine Einladung zur Teilnahme an der 75. Geburtstagsfeier seines Vaters nächste Woche im Clarence-Haus abgewiesen hatte. Doch ein Sprecher von Harry und seiner Frau Meghan Markle hat die Behauptungen inzwischen zurückgewiesen und erklärt, sie sei nicht aufgefordert worden, aus Anlass des besonderen Anlasses nach Großbritannien zurückzukehren. Die königliche Kommentatorin Jenny Bond bemerkte jedoch, dass das Versäumen der Party dem Herzog helfen könnte, einen eher unangenehmen Abend mit Prinz William, Kate, der Prinzessin von Wales und anderen hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie zu vermeiden. Harrys Beziehung zu seiner Familie war seit seinem Rücktritt von seiner Rolle eher frostig, eine Kluft, die seine und Meghans Kommentare über das Leben in der Anstalt im Laufe der Jahre nur noch vertieften. Bond sagte, stellen Sie sich vor, wie furchtbar unangenehm seine Anwesenheit den ganzen Abend machen würde. Was wir jetzt haben, ist eine ziemlich stabile, glückliche Familieneinheit mit dem König und der Königin, William und Katharine, den Edinburghs und der Prinzess Royal und ihren Familien. Auf der anderen Seite des Atlantiks haben wir die entfremdeten und verärgerten Außenseiter Harry und Meghan. Wenn sie oder nur Harry im Clarence-Haus auftreten würden, würde das den Feierlichkeiten unweigerlich einen echten Dämpfer verpassen. Der frühere königliche Korrespondent der BBC argumentierte auch, dass eine Versöhnung stattfinden müsse, bevor Harry und Meghan wieder in Familienereignisse einbezogen würden.